ja die hat aber richtig gebackt jetzt sogar gebraten hat die das war schon kein backen mehr ich hab schon wieder die orientierung verloren wo bist du da da auf dem berg ist doch gar kein oder sieht man denn nur mit der sniper links 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 ja ja bestätigt nur noch drei ja ja ich habe noch eine ganze stange knoppers aber an utah habe ich jetzt mehr also knoppers irgendwie online tastatur auch ernsthaft kannst du mich verteidigen ich muss sie kurz mal ausmachen für fünf sekunden circa ja ich habe die batterien immer noch nicht gewechselt oh ja jetzt sind sie auch schon jetzt ist sie komplett rot schon dieser natur so ich bin ganz unten wieder wo ich am anfang gespawnt bin nicht gespawnt gefallen bin ich gehe ich komme wieder hoch ist ich fall ja da und runter äh fiel gerade ja ja so wer backt hier in der ecke ja nice bleib stehen okay ich bleib stehen ja ja blockier den anderen nice brennt ja bestätigt ja der brennt der da und an ja nice ja jetzt habe ich schon wieder die orientierung ja bist du adi bestätigt soweit reicht ein flammenwerfer nicht kollege und das auf eladan da werden die haare schnell trocken oder folgen feuer deswegen haben die alle keine haare aber was machen wir hier unten oder äh weiß ich nicht ja das muss mal gehen ja die haben sich da schon aufgeteilt sowieso wir sind hier vorne habt ihr nicht gesehen ha adi ich sag's ja hier spielt sich alles immer nur auf den Dächern ab adi katsching once again kabuff na der wird nix aber nadi aber nadi clear freier versuch ich gleich zu nja weg hier nö nö pfff freier ja freier scheiß lief ich geh mal nach rechts adi ja ich hab keine jetzt hab ich vier oh ich hab nicht getroffen jetzt oh oh das könnte was werden leidertriften wer wer hat noch gebraucht mhmhmhm mhmhmhm ich hab keine mehr ich hab keine mehr pfff mhmhmhmhm wie sowieso drehen mhmhmhmhmhm im moment ist alles sicher ich geh zurück in mein labor feinde im anmarsch weg hier mhmhmhmhmhm ich hab meine pistole in deinem gesicht mhmhmhmhmhm ich hab mein gesicht in deiner pistole mhmhmhmhmhm ja ready Boom blei fort kaching itect ah die zwei ein tüten, wir können drei zwei was ha ha Ich weiß das auch nicht. Ich hab ihn anlisiert und so. Agent? Ja. Ja. So, dann fehlt es ja 100. Äh, hier ist so ein Viech. Ah, die in 3, 2, Moment, muss ich nicht kurz alle haufen. Ja. Close. Ah, ich hab keine mehr. Achtung, Hengai! Da wo? Yes. Da wo, Tosi? Äh, Adi hier, 6. Adi, gleich, Moment. Adi, Gorn. Angreifer, Link. Stetig. Wow, der war heftig. Das ist nicht gut für die Hüfte, ne? Was du da machst. Irgendwie muss man ja gelenkig werden. Ups. Äh. Pfff. Das nenne ich mal eine Überzeugungsleistung. Halten sie sich bereit. Das ist auch nicht gefühlt, was länger warten. Der muss sich darüber keine Gedanken mehr machen. Der glückliche. Naja, ob der darüber so glücklich ist, weiß ich auch nicht. Wobei überhaupt irgendwas ist. Ja, eins noch. Tod. Tod. Oder Futter. Adi. Boom. Moment, Moment, Moment. Boom. Catching. Ja, blöder Hund. Boah, das ist immer so geil, wie das Glas da vom Geschütz kaputt geht. Insel jetzt brennt sie Hydra. Boah, ich wäre fast runtergefallen. Agent of Mayhem brennt. Wo ist er denn? Ach, da! Oh. Ohne sie wäre ich ausgeschmissen gewesen. Er brennt wieder. Er ist aufs Gewicht. Garde, warte. Ich brenne. Hör mal, ich hab dir doch grad was zu deiner Hüfte gesagt, ne? Danke. Wo steh ich denn? Adi. Ach, der! Der stand direkt hinterm anderen, ich hab den nicht mal gesehen. Wo steh ich denn, bitteschön. Die auf der Deckung eingespawnt. Angreifer, links oben. Yes. Der Anti-Mist ist tot. Warte. Und? Agent, Moment. Ah, einen hab ich noch, ich warte. Ach, ich war einfach den da. Fuck. Ja. Da, äh. Ja. Ein Team in die Palette. Äh. Die Prima Ballerinas haben's diesmal nicht geschafft. Aber sie haben ihr Comeback. Wie, was denkt der, wie weit sein Flammenwerfer geht? Danke, so glaube ich, das ist kein Plan. Das ist kein Plan, sondern ein Prozesse. Ja. Der denkt sich, jo. Der Flammenwerfer wurde ja in diesem Spiel entwickelt. Die Karten wurden auch in diesem Spiel entwickelt. Also wird der ja wohl immer die ganze Map gehen. ja ungefähr die wurde flammenwürfe aufhört bis die zum gegner und diese lücken hat das ganze ja ich könnte zwei neue holen und nachsuchen okay ich lauf hinterher stelldeckt der große ja irgendwas tötet mich hier ja ja ich wusste doch irgendwas tötet mich ja ja das ist ja durch jetzt hier du wirst gerade wie eine marionette aufgehoben diese studiere dinge da waren an deinem arm arm und an deinem bein wie eine marionette sah das aus hier ist keiner ihr seid oben ich bin unten jetzt seid ihr alle da kommt alle mit dir ja 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 eine zielpunkte gold erst mal wieder orientieren hier die kommen auch und Feinden? Moment. Bist du? Nein, ich kriege ihn nicht. Nein! 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 Blöde Scheibe. Ich bin immer noch unsichtbar. Ich werde auch nicht mehr sichtbar. Ja. Loll. Für die Gegner bin ich sichtbar, oder? Ah, die hier nach dir. Ja. Nein, jetzt hat der mich. Hat funktioniert. Habe gut gemacht. Boah, weg von der Granate. Der Angriff vergleich. Welcher? Bist du denn? Na da! Ja. Ja. Yes. Oh, ob ich das standhalte? Ne. Die von der Seite war nicht gut. Halt. 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 Ohne sie wäre ich aufgeschmissen gewesen. Halt. 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 Irgendwie der XP-Zone ist tot. Halt. Ja, irgendwie schon. Aber das ist ganz witzig. Halt. 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 Oh null. Was heißt Granatenteil. Und einfach schießen. Komm hier um. Ich hab null. Oh. Oh das war ein Wochen. Das ist cool.